Ich liebe die Nacht. Ich könnte Stunden damit verbringen, die Sterne zu beobachten. Nun, du kannst dich freuen. Unsere Polarnacht hat gerade erst angefangen. Sie wird sechs Monate dauern. Es ist genauso, wie ich lebe am Südpol. Aber warum dauert die Nacht mehreren Monate? Überall sonst dauert sie nur ein paar Stunden. Das ist nicht fair. Nun, warum versuchen wir nicht, wie Wissenschaftler zu denken? Klar, wir können Hypothesen entwickeln. So, voilà, es ist alles fertig. Wir können mit unserer Beobachtung beginnen. Wow, Wladimir, du bist ein Bär voller Überraschungen. Wir müssen die Erde von oben betrachten, um zu sehen, was hier unten passiert. Ich kenne eine Stelle auf der anderen Seite des Eisbergs, die uns alle benötigten Dinge liefern. Es ist erstaunlich! Können wir unseren Iglu sehen? Oh nein! Oh nein! Ah, wir fliegen direkt drauf zu. Hochziehen, hochziehen. Wir konnten ihm nicht ausreiten. Sag mir, wir müssen in den Rückwärtskranz schalten. Das ist der beste Tag meines Lebens. Hoffentlich ist es nicht der letzte.